Hallo und herzlich willkommen zur Studienberatung to go. Ich bin's wieder Janine und wir bekommen immer sehr viele Anfragen zum Thema BAföG. Heute haben wir uns mal diese rausgesucht. Bekomme ich BAföG, wenn ich älter als 30 Jahre alt bin? Grundsätzlich ist BAföG die finanzielle Unterstützung zum Studium. Die bekommt man bis zum 30. Lebensjahr. Für ein Masterstudium bis zum Alter von 35 Jahren. Wer also sein Studium jetzt mit 29 Jahren aufnimmt, kann noch bis zum Ende des Studiums gefördert werden. Für alle anderen, die schon älter sind als 29, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, um BAföG zu beantragen. Dazu zählt zum Beispiel, wer das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht hat, über ein Abendgymnasium oder ein Berufskolleg und direkt im Anschluss studieren geht. Auch der kann trotz Überschreitens des Alters noch BAföG bekommen. Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit, über familiäre Gründe oder persönliche Gründe BAföG zu beantragen. Nicht schlecht, oder? Für mehr Infos dazu schaut auch mal vorbei auf www.finanzieren-studium.de. Bis dahin, viel Spaß und immer schön Geld an die Seite legen. Bis zum nächsten Mal.